hallo und herzlich willkommen zurück zu super mario brothers master quest 1 als nächstes werden wir uns mal hier und das ghost house angucken jetzt habe ich vergessen auf den namen zu achten egal ist da was egal wir gehen einfach weiter und es sieht einfach nur leben noch nein nicht wieder hoch ich will wissen was da drin ist noch ein leben na klasse na klasse egal bis hier ist noch einfach mal gucken wie schnell ich den secret exit finde oder besser gesagt dem boss da ist da ist eine tür da will ich rein okay da will ich doch nicht rein dann eben noch mal ganz schnell was weiter 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 so ein ärger aber auch leben verpasst und in dem kriege ich diesmal ein bisschen her zack und rein wow eine blume eine blume ich will da rein haha ähm okay es bringt doch nichts so rein dann gibt es irgendwo woanders noch was zwei pipes die ist blau oh gott oh gott war der schlecht oder ja es geht jedoch garantiert in irgendeiner pipe rein. Lasset mich inzufrieden. Es laggt. Ah, ich habe eine Pipe gefunden. Reset Pipe, würde ich sagen. Wenn dem so ist, dann ist dem nicht so. Aber hey. So war das nicht geplant. Zack. Nehmen wir Vorsichtshaber beide mit. So, wir nehmen wir Vorsichtshaber beide mit. Gucken uns erstmal hier an, was hier so in der Gegend ist. Ob es exakt das gleiche ist? Wage ich zu bezweifeln. Aha. Moment. Na endlich. Es gibt da einen kleinen Trick. Zack. Haha, ich habe zwei Items bekommen. Jetzt drücken wir mal ein und gucken, dass wir uns hier... Scheiße. Oh Gott. Keine Ahnung, was das wird. Ein Exit, ein Exit, ein Exit. Exit. Und es führt erstmal hier lang. Dann gehen wir erstmal hier rein. Und machen erstmal die Zwischenwelt. 2B. Oh Gott. Blöder Panzer-Typ. Kannst mich mal... Na, lässt du mich auch ran? Oh, der war clever. So, jetzt bin ich auch ran gekommen. Ähm. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Was ist da oben? Wie eine Pflanze. Oh, Slippery. Slippery. Oh, eine Yoshi-Coin. Hätte ich mir das Ganze sparen können. Ich glaube, da unten sterbe ich, wenn ich da reinfalle. Das ist aber nur eine Vermutung. Oh, die ganzen Ceilings, die man nicht sieht. Na, komm her, Dragon-Coin. Jetzt kann ich auch alle einsammeln. Ähm. Stimmt ja, die sterben ja alle nicht. Aber du stirbst. Oh. Ah, der war so klar. Man. Ich bin wieder heute so gut. So gut war schon lange keiner mehr. Wow. Ah, das originale Sub-Level sehe ich gerade. Oder wieder einmal ein Sub-Level nicht geändert. Das ist aber nicht sehr fein. Und rein da. Was hast du hier drin? Zack. Leben. Weil es ein Leben ist. Oh. Selbst sogar das wurde nicht geändert. Mann, Yoshi hat uns zu Feuernpanzer schluckt. Herrmann, dein Goalpoint vernichten. Haha. Aber ich habe jetzt leider kein Yoshi. Und. Wir sind erstmal hier. Und rennen wieder zurück. Zum Geisterhaus. Schlechte Kommentare hier. Und schlechte Kameratare. Kameratare. So. Geht doch. Jetzt hole ich mir das Leben. Eine Feder. Eine Feder. Und jetzt habe ich auch... Yay. Ein Sprite ist verschwunden. Glück für mich. Hier ist noch eine Blume drin. Brauche ich nicht. Oh Gott. Die Feder bloß nicht verlieren. Die Feder bloß nicht verlieren. Hier geht es nicht rein. Ähm. Ich vermute mal, dass wir hier irgendwo den P-Switch aktivieren müssen. Fragt mich jetzt aber nicht, wo. Ich werde es da rausfinden. Hoffe ich. Hier vielleicht? Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. So schwer. Was? Na dann ab hier rein. Da ist ja. Da ist ja der Boss schon. Okay. Na komm mal her. Oh, nicht gut. Oh, Feder verloren. Nein. Nein. Blume. Nein. Blume. hey mann bin ich ein cheater naja hauptsache ich habe es erst mal gefunden die star road werde ich mir noch nicht angucken wir werden erstmal weitergehen weitergehen weitergehen